Was heißt eigentlich? Be your own bank. Sei deine eigene Bank ist für viele das Mantra, welches sie initial zum Kauf ihrer ersten Bitcoins oder Satoshes veranlasst hat. Herr über seine eigenen Finanzen zu sein ohne Abhängigkeit von einer zentralen Instanz, vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Das Bitcoin-Netzwerk ist offen für jeden und es bedarf keiner Erlaubnis daran teilzuhaben. Es gibt niemanden, der dir verbieten könnte, bestimmte Transaktionen zu tätigen. Du bist voll und ganz selbst in der Verantwortung für deine Finanzen. Aber Vorsicht! Sei deine eigene Bank ist Fluch und Segen zugleich. Solltest du unbedacht einen Fehler begehen und falsch mit deinem Geld umgehen, so gibt es auch niemanden, der dir helfen kann. Sei deine eigene Bank heißt also auch, handle klug und mitbedacht.